Willkommen zurück in Famous heißt das Spiel und wir werden uns jetzt um die Haufe mit sich und kümmern Alden Schlägt zu. Ja, von Alden haben wir glaube ich an sich noch nichts gehört, ne? Es wurde ja nur gesagt, hallo? Ist der tot? Ja, ne? Ja. Wir haben ja zu wirklich, was bist du? Ne, keine Lust jetzt. Es wurde nur gesagt, dass der Anführer der Dustman ein gemeiner Conduit wäre. Doch wer genau? Das wurde noch nicht gesagt. Alden ist sein Name. Doch zu sehen bekommen wir ihn jetzt noch nicht. Es dauert noch. Vielleicht gegen Ende des Paars, wenn ich es schaffe. Alden Schlägt zu. Du glaubst wohl, du kannst hier machen, was du willst. Nichts kann. Wir haben deinen tollen Freund und wir werden ihn ganz langsam töten. Ihr Idioten habt gerade den größten Fehler eures Lebens begangen. So, hier ist es offen. Und das Gekämpfe geht los. Die haben Sieg entführt. Hallo, wo kommst du denn, Herminion? Ach, aus dem Container. Ja klar, da war doch was. Da oben alles, ne? Die kann man glaube ich auch wo nachfallen lassen, so richtig. Das sind so viele. Das ist schon wieder krass. So. Und so. So, erste Runde quasi. Überstanden. Elektrofessel. So, hier stimmt sie. Irgendwie müssen wir noch ein bisschen so machen, genau. So, die letzte Reihe ging jetzt aus, aber die obere dafür an. Und so beides drehen. Ist beides aus. Ich glaube, wir müssen hier lange, ist richtig, ja. So, hier immer. Was bist du denn? Ah, das ist ja ein Granatwerfer, Mann. Zack. Kohl, laut Ihrem GPS sind Sie bei den Werften. Warum denn? Ich töte die Mistkerle, die Sieg entführt haben. Es ist seine eigene Schuld. Sie können ihn nicht jedes Mal retten, wenn es brenzlig wird. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Wer war das? Komm her. Du hast unschuldige Tipps. Jetzt ist er auf dem Gewissen. Trausst du dich nicht, ne? Das ist Angst. Scheiße. Kleines Arschloch. Ist ja wohl nicht. So, machen wir es drinnen. Und du da oben natürlich auch. Man sieht natürlich, sie waren auf unsere Ankunft vorbereitet. Da ist ein Geschütz. Das ist ein Pach. Einmal bitte in reißen. Oh, möchtest du nicht? Und ich sehe es schade. Kann man denn da auch vernünftig rüberfliegen, ohne jetzt immer so viel Schei? Ich fühle mich lebendig. Ich fühle mich lebendig. Eine Falle! Ich wusste es. Ähm, wie ging das denn nochmal? Oder konnte ich da bewahren? Nein, oder? Klar! Down! Oh, sorry! Naja, hat er nichts mehr von... EI! EI! Ja, ganz schlag, EI! EI! What the fuck, Johnny? Nach Ende ist der Melonka. Du stirbst jetzt. Und ich stirb... Sooo, Mary, hier, alle müssen sterben. Oh fuck. Oh, so eine Scheiße. Krass, was hier abgeht, ne? Stimmt mal, ich will es hier reinstellen. Und dich töten, genau. Dich habe ich nur gewartet, dass du wieder lebst. Über uns war noch was. Richtig. So, ein wenig Energie haben wir gekriegt. Könnte ich da lang? Also, ich muss noch da oben. Pass mal auf, dann gehen wir hier die... ...treppe hoch. Super. So, dann kriegst du jetzt dein Fett weg. Ist da, genau. So, dann gehen wir mal hier oben lang. Was nix gebracht hat, außer vielleicht... Jawoll. Alles klar. Gehen wir doch unten lang. Wir haben schon gesehen. Ja. Händen wir das mal eher gemacht. Aber nein, ich muss ja sofort kompliziert denken. So. Wenn das nicht weh tut. Wenn das nicht weh tut. Irgendwo ist der hier auch. Achso, du musst natürlich auch noch sterben. Da geben wir natürlich keine Gnade. Down, 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 bitch. Die wollen gerade nicht wirklich. Kommen wir doch mal ein bisschen näher, oder? Und gehen da ganz schnell wieder, oder? So. Ihr beiden. Ihr drei. Ganz schön viele. So. So, der ist down. Genau wie er. Was haben sich beide irgendwie anders vorgestellt gehabt? Puh. Der war mies. Guckt mal nach. Da vorne, ey. Wie viele Gegner da sind. So. Jetzt wird's krass. Erstmal das Geschütz deaktivieren. Zup. Lass den Krieg beginnen. Einlass down. Schön, wenn die Einzelne jetzt... Das ist verliebt, wenn die Einzelne einfach da rumkommen können. Das ist aber nix. Den krieg ich da, glaub ich, so auch gar nicht, oder? Komm her. Komm her. Komm her. Na ja, hab da so gedacht, dass ich da jetzt hoch springe, ne? Was seid ihr denn? Also, das ist wirklich die Umgebung hier. Die kommt einem wirklich zugute zum Teil. So lief's immer noch. Müssten alle down sein. So. Dann jetzt hier hoch. Darüber. Und runterfallen. Genau. Genau das war mein Plan. Sieg. Hörst du mich? Sieg! Goal! Hey, Goal! Hier drüben! Halte durch, Alter. Alter! Ich komme. Aber hier ging, glaub ich, auch die Party richtig abwäste. Also hier, ja, das war ja jetzt richtig, hier ging die Party so richtig ab. Hier konnte so wirklich ein wenig weiern. Wenn du Bock drauf hast. Denn hier war einiges an Action. So, der kriegt auf jeden Fall schon mal den Tod frei Haus. Er auch. Jetzt zu euch. Und zu euch. So. Ich hab jetzt, glaub ich, auch gar keine mehr am Radar. Keine Gegner. So, der da unten lebt noch. Das ist halt die Scheiße. So. So, da haben wir da noch zwei. Keine so. Der andere fällt gleich mit. Bis sie so zuvor kommt. So großzügig heutzutage, diese... Du bist kein Schöner, nek ich. Was? Aber es macht nichts. Es ist fast die Schacht. Bald werden allen vor mir auf die Kriege gehen. Mein Vater ist freundlich. Noooore! Was ist das eigentlich für ein Freak? Wie mein Vater es wollte. Ja, Papi. Alden. Ich bin dein Vater. So, oder so ähnlich könnte das doch ablaufen, oder? Das war knapp. Wirklich knapper als knapp. Das sagst du, ey. Pau. Gleich mal kurz, danke. Was zur Hölle hast du hier unten gemacht? Ich wollte nur helfen, Mann. Ich wollte mich reinschleichen und nachsehen, was die Mülltüten vorhaben. Bist du verrückt? Die hätten dich töten können. Was redest du da? Soll der alte Sieg nur auf seinem Dach rumsitzen? Nur nach oben rumhängen und Bier trinken? Und wenn es ernst wird, Däumchen drehen? Willst du das damit sagen, Cole? Das ist kein Spiel, Sieg. Nicht mehr. Nur weil du Kräfte hast, macht dich das nicht besser als alle anderen. Bei weitem nicht. Ich warte noch kurz den Anruf ab. Cole, ich habe den Rest der Ausrüstung im Bus. Aber die Reaper versperren den Weg zum Krankenhaus. Ich brauche deine Hilfe. Okay. Vielleicht können wir reden, wenn wir das durchgestanden haben. Vielleicht. Erst muss ich mich um die Kranken kümmern. Sie gehen vor, Cole. Klar. Das tun sie. So Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.